Ihr Lieben, heute geht es um ein heiß diskutiertes Thema und zwar um Getreide in Hundefutter. Wir möchten in diesem Video bewusst auf dogmatische Aussagen verzichten und beziehen uns lediglich auf Fakten. Ich möchte, dass ihr am Ende dieses Videos in der Lage seid, eure eigene Meinung frei bilden zu können und zu urteilen, welches Futter für euer Hund geeignet ist. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Massi Samin und ich sitze heute hier mit einem Tierernährungsmediziner, Dr. Benni. Dr. Benni, so wirst du auch tatsächlich von deinen Patienten genannt? Ja, es ist tatsächlich ein Kosename, der hat sich so etabliert und der ist erhalten geblieben. Cool, und heute sprechen wir über Getreide in der Ernährung von Hunden. Was ist Getreide überhaupt? Die Gruppe der Getreidesorten ist aus der Pflanzenkunde eine bestimmte Art von Gräsern. Und da reden wir einmal von zum Beispiel Gerste, Weizen, Roggen, genauso aber auch die Hirse oder auch der Mais, aber auch der Reis. Und der Reis gehört auch zur Gruppe der Getreidesorten und wird auch für Futter verwendet. Was ist denn in Getreide enthalten? Also wenn man es genau nimmt, ist eigentlich das Getreide, was wir benutzen, sind eigentlich die Fortpflanzungsorgane von den Süßgräsern. Das heißt, diese kleinen Körnchen, die man überall findet und die man dann auch kaufen kann, auch für unsere Ernährung, das ist eigentlich nichts anderes wie die kleine Pflanze, die irgendwann zu einer großen werden soll. Da ist ein Keimling drin, da sind Energieressourcen drin, die aus Stärke bestehen. Und das ist das, was wir dann sozusagen für die Ernährung von uns und für den Hund auch einfach verwenden können. Gehört denn eigentlich Getreide zur ursprünglichen Ernährung des Hundes? Da gibt es kein Ja und kein Nein. Es ist nur so, dass wir praktisch wissen, dass ursprünglich natürlich, wenn wir zurückgehen auf die Vorfahren von dem Hund, ist es ja der Wolf. Und der Wolf hat das Beutetier gerissen und hat dann praktisch sich von Fleisch und auch Anteilig von den Innereien ernährt. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass es wirklich mal Bestandteil der ursprünglichen Ernährung war. Der Wolf ist uns ursprünglich mal gefolgt, hat sich von unseren Resten ernährt und dann haben wir uns weiterentwickelt. Wir nennen das auch Domestikation, das heißt, dass praktisch ein Tier sich an den Menschen anpasst und mit uns weiterentwickelt. Und wir wissen jetzt aus Untersuchungen und Studien, dass auch ein Hund dazu befähigt ist, Kohlenhydrate zu verdauen. Und wir vermuten, dass es daher kommt, dass wenn, früher war das so, dass natürlich Fleisch immer was Besonderes war. Das gab es immer am Sonntag oder immer nur einmal die Woche oder so. Und jetzt ist es so, mittlerweile leben wir im Überfluss, deswegen ist es auch für uns und jedem zugänglich. Aber damals war es so, dass eher die Reste, die man halt hatte, also Brot, Reste oder was, was man übrig gelassen hat vom Fleisch. Natürlich, die haben der Hund bekommen. Und dementsprechend hat der Hund sich davon ernährt und sich ein Stück weit auch mit uns daran angepasst. Heißt das denn jetzt angepasst, dass es auch gesund ist für den Hund oder beziehungsweise es ist ungesund? Schadet das dem Tier? Es gibt nie ein Schwarz und Weiß, denn gerade so in der Ernährungsmedizin oder in der Ernährung allgemein von Tieren. Weil Kohlenhydrate, da macht es die Mischung. Also natürlich jede Fütterung, jede Mahlzeit, wie bei uns auch, besteht aus bestimmten Bestandteilen. Das heißt, wir haben Proteine, wir haben Fette, wir haben aber genauso auch Kohlenhydrate. Und jedes Regelchen, was wir verschieben, verschiebt natürlich auch den Anteil an Kohlenhydraten oder Proteinen oder Fetten. Zu einer gesunden Ernährung von einem Hund können Kohlenhydrate auch wichtig sein. Die haben verdauungsphysiologische Aspekte. Also die werden schnell verdaut, die geben extrem viel Energie in möglichst kurzer Zeit. Sie vermeiden auch in der Regel Blähungen, sie puffern Magensäure ab. Das ist aber was sehr Individuelles. Das heißt, da kommen wir wieder zu dem Aspekt, wenn ich ein Futter für meinen Hund aussuche, muss ich auf diese Sachen Rücksicht nehmen. Und nicht unbedingt bloß, weil der Kohlenhydratanteil hoch ist. Aufgrund des Getreides da drin, muss das unbedingt schlecht sein. Können denn Hunde jetzt eigentlich Getreide verdauen? Damit wir Kohlenhydrate aufschließen können, sowohl wir als auch der Hund, haben wir kleine Maschinen in unserem Körper, die sogenannten Enzyme. Die Enzyme helfen uns dann, Kohlenhydrate, was aus Getreide kommt, die zu verarbeiten. Das heißt, damit wir Getreide verarbeiten können und der Hund es auch wirklich benutzen kann, muss das Getreide im Prinzip aufgeschlossen werden. Unter jeweiligen Bedingungen, also das heißt, wie im Prinzip das Getreide verarbeitet ist, aufgeschlossen, kommt der Hund da dran oder auch nicht. Ich höre häufig, dass Getreide Futtermittelallergien auslöst. Was ist denn da dran? Naja, es kommt so ein bisschen darauf an, was man als Auslöser für eine Allergie betrachtet. Und dass man differenziert, dass nicht jede Allergie sofort wirklich eine Beteiligung des Immunsystems mit sich bringt. Das heißt grundsätzlich, eine Allergie ist eine Erkrankung, was im Prinzip eine fehlgeleitete Immunantwort ist. Das heißt, unser Körper hat ja eine kleine Polizei, die praktisch uns beschützt vor Krankheitserregern. Und was dann passiert ist, dass sie praktisch Bestandteile aus der Fütterung als potenziell gefährlich einstuft und dann dagegen vorgeht. Und das ist eine wirkliche Allergie. Jetzt ist es so, dass das, was hauptsächlich im Zusammenhang mit einer Futtermittelallergie steht, immer Proteine sind. Gerade aus Fleisch zum Beispiel, wohingegen jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate da eher sekundär bis kaum auftauchen. Und da kommen wir aber auch zu dem, was im Prinzip das Ganze begünstigt. Also man diskutiert ganz stark, dass im Prinzip, wenn der Hund eine bestimmte Darmerkrankung hat oder vielleicht auch mal einen akuten Schub mit einer virale Erkrankung, die zu einem Eröffnen der Darmschranke ist. Die Darmschranke ist praktisch ein Schutzmechanismus, den unser Darm beinhaltet, sodass da nicht alles drüber wandern darf. Und wenn die Darmschranke sich so ein bisschen öffnet und Bestandteile aus der Fütterung, also sowas wie Proteine vor allem oder auch Proteinabkömmlinge, also die können auch manchmal kleine Ketten oder sowas da dran haben, dann kann das wiederum über das Blut zu einer Immunantwort führen und dann zu einer Allergie. So übertragen wir jetzt diesen ganzen Komplex an Informationen praktisch auf Getreide zurück. Auch Getreide beinhaltet einfach, weil diese kleinen Körnchen natürlich irgendwann mal große Pflanzen werden sollen, auch Proteine. Und das kann auch wiederum im Zusammenhang mit dem Auslösen einer Allergie stehen. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, dass wir natürlich auch in unseren Futtersorten bestimmte Ausgangsstoffe bevorzugt verwenden. Das heißt Hühnchen, Rind, Kartoffeln, Getreide unter anderem und natürlich deswegen auch potenziell einfach viel mehr Allergien im Zusammenhang mit diesen Sorten stehen. Es kann aber prinzipiell auch in der Masse, was man füttert, viel mehr Allergien auch gegen andere Sachen entstehen. Und wenn man das Ganze jetzt im Gesamtkomplex betrachtet, haben Getreidesorten kein höheres allergenes Potenzial per se, wie jetzt zum Beispiel Fleischsorten oder andere Produkte. Man hört ja häufig, dass Getreide billige Füllstoffe sind. Was hältst du denn davon? Ich höre es sehr oft. Man muss das aber so ein bisschen getrennt betrachten. Billig bedeutet ja, dass es praktisch in seiner Produktion oder dass man, wenn man es kommerziell erwerbt, deutlich günstiger wäre zum Beispiel wie Fleisch. Genau. Das ist auch wirklich so. Also wenn man das mal vergleicht, also zum Beispiel so für ein Kilo Rindfleisch braucht man so über den Daumen gepeilt das 2,5-fache an Getreide. Von der Produktion her ist es billiger. Es ist aber auch billiger wie zum Beispiel manch andere Kohlenhydratquellen. Also Getreide ist ja die Kohlenhydratquelle in der Fütterung. Genau. Wie zum Beispiel auch Kartoffeln und Süßkartoffeln. Billig heißt aber nicht automatisch schlecht. Wenn wir jetzt mal Füllstoff mit in die Waagschale wägen, dann ist es so, dass Füllstoff so ein bisschen negativ behaftet ist. Und zwar als etwas, was ich in die Fütterung gebe, es aber keinen Effekt hat und damit im Prinzip eigentlich die Fütterung pancht, wenn man es genau nimmt. Das kann man auch so nicht sagen, weil in der Regel jeder Bestandteil, den man in die Fütterung integriert, irgendwie einen ernährungsphysiologischen Aspekt mit sich bringt. Und Getreide dient damit der schnellen Energiebelieferung für Aktivität, damit er herumspringen kann, damit er rennen kann, damit er fressen kann und für alles, was er sonst zum Alltag braucht. Welche Hunde brauchen demnach jetzt getreidefreies Futter? Also reagiert ein Hund auf Bestandteile von Getreide im Futter, dann macht Getreidefreifütterung auf jeden Fall Sinn. Das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen, aber was kann man jetzt als Fazit mitnehmen? Also grundsätzlich vertragen Hunde Getreide sehr gut. Es ist aber eine individuelle Sache, also auch eine Geschmackssache oder auch ein Individualfaktor, ob potenziell Vorgeschichten mit Allergien oder Unverträglichkeiten bestehen, ob man es füttern kann oder nicht. Genauso aber auch kann man sagen, Getreide ist kein Muss für die Fütterung. Das heißt, man kann auch ganz einfach entscheiden und kann sagen, ich tausche mein Getreide gegen eine andere Kohlenhydratquelle wie Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln oder Quinoa oder Pastinake einfach aus und habe damit trotzdem auch eine potenziell abdeckende, umfangreiche Ernährung. Dr. Benni, vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass ihr jetzt nach dem Video ein bisschen mehr Klarheit über die Ernährung eurer Hunde habt und vielleicht das ein oder andere anders machen werdet. Ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao.